Ich sterbe! Ich sterbe! Ich auch... Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video! Heute spielen wir wieder Minecraft. High School! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Ich kann nicht rennen! Ich kann nicht rennen! Ich kann nicht rennen! Rennt einfach! Ich kann nicht rennen! Versteckt euch irgendwo! Gott, nein! Irgendwie weg! Und trotzdem noch weiter setzen, wenn ihr könnt! Nein, ich kann nicht mehr! Oh Gott, ich werde vom Babyzombie verfolgt! Rennt, rennt, rennt! Ich muss nicht mehr rennen! Jetzt einfach! Versteckt euch irgendwo! Ich esse jetzt was! Jeder macht sich erstmal bereit, damit wir gleich kämpfen können! Leute, das ist gerade ein bisschen chaotisch! Wir haben gerade das erste PvP-Event gestartet! Ich muss jetzt was essen, ja! Ich auch! Weißt du, was ist das? Die restlichen Eier spawnen später! Okay, los! Ich kenne sie noch nicht! Ich mach gerade alle! Wenn alle weg sind, dann spawnen wir die Eier! Erstmal alle jetzigen töten! Und die anderen dann spawnen! Nein! Die können jetzt oder so nicht mehr spawnen! Los, los, los! Generationskrank! Attacke! Leute, guckt euch einfach alle Sichten an! Ähm, denn das ist echt spannend hier! Los, los, los! Alles tun was lebt! Wenn ihr sterbt, dann ist es vorbei! Ich würde nicht sterben, weil wir dann alle bei Tom und ich dann 50 Level verlieren! Ähm, 56! Circa 50! Nein! Ich muss erst mal in Sicherheit bleiben! Ich muss erst mal in Sicherheit bleiben! Ich brauche keine Ahnung! Nein! Sie hat eine Schwester bekommen, glaube ich! Wer hat sie in Hexe gesetzt? Ich! 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 Habe ich ja mit dem Bogen ab! Ich muss erst mal in die Schwung! Ich hab caffeine viele GerArzen! Dann versteckt sich irgendwo ein Haus! Ja! Ich würde das noch ejerc Athens! Ich könnt's schrauben! acqu! Weiter, weiter, weiter! Ich bin hier in dem Haus drinnen! Nichts verrecken! Ich habe die 17 Jahre! Oh ein Zinger! Oh ein Zinger! Lass doch bloß nichts werfen, auf dich! Z Contain! Ich hab sie. Winner! Okay, ich brauch noch zwei Herzen. Okay. Dann helf ich. Küper, Küper, lass keine Küper explodieren. Das macht alles kaputt. Warte, hab ich gerade den... Warte. Okay, noch ein halbes Herz. Da ist eine Hexe bei mir. Warte, ich hab eine Hexe. Ich hab eine Hexe. Ah, ich bin noch eine. Pass auf, Küper. Warte, ich will den Brand setzen. Da ist der Spinner. Spinner. Und eine Hexe. Oh Gott, nicht hoch, Küper. Nicht hoch gehen. Oh Gott, die läuft neu. Die haben hier den komplizierten Stadteingang demoliert. Die müssen das alles nochmal neu bauen. Aber das ist der Nachteil. Das ist der Nachteil des PvP-Events. Ich hab die gekült. Ich hab die gekült. Alter. Ich sterbe. Dann geh rein. Dann geh irgendwo rein. Da ist ein Goldapfel. Da fehlt ein Goldapfel. Hab ich schon. Zwei verbraut. Tom hat, glaube ich, weniger Leben, als du gerade glaubst. Ja. Aber das stimmt auch nicht. Ja, ich hab ja auch die Hexe von der Nachteil. Hier ist wie ein Zombiepicker. Hier ist wie ein Zombiepicker. Ich hab ja auch zwei Hexen an der Nachteil. Attacke. Wir müssen alles los. Leute, ich muss alles essen. Los, los, los. Renn irgendwo rein. Nimm einen Trank oder so. Hab ich schon. Stimmt. Nein. Oh Gott, nein. Nein. Ich werde hier voll in den Mangel genommen. Ich helfe dir hin. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Los. Rein. Geh rein. Ich muss weg. Ich muss weg. Was? Was bedeutet im gelben Herzen? Das ist gerade fünf. Was? Was bedeutet im gelben Herzen da? Extra heute. Herzen. Okay. Okay. Seht ihr noch irgendwo was? Die hat man ab und rein in YouTube. Okay. Nee, geht jetzt. Ich kann grad nicht gucken. Ich muss noch. Okay. Jeder ist vorne jetzt wieder was. Ich kann ja nicht. Keine Kuiper. Okay. Okay. Okay, Kuiper lassen wir. Ich setze kurz. Ich setze nur hier zum. Ich bin tot. Ich kann ja noch ersetzen. Oh Gott. Die machen wieder voll viel Schaden. Nein. Bloß nicht reingehen. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ah. Geh in unsere Häuser und spawnen von da. Spawnen von die Türen was. Oh Gott. Und das fand drin aus vor? Du musst immer die Tür aufmachen und da alles raus machen. Ich bin gerade draußen. Ich wollte lieber die Waffen bei mir jetzt. Ich spinn. Nein. Scheiß, bin jetzt. Scheiß, bin jetzt. Mich greifen die Zornikipmans nicht an. Scheiße. Ich glaube, mich ist die Spinnen aber. Wir greifen gerade alle an. What? Ey. Wie ist das denn jetzt los? Ich muss hier weg. Ja, das ist ja doch die ganzen Bahnen. Ja. Keine Kuiper mehr. Kuiper. Nicht. Alles klar. Irgendwo reingehen. Unterstellen. Muss euch stehen. Nein. Nein. Hier ist ein Baby-Tommy mit einer Goldrüstung. Häls hoch. Häls hoch. Häls hoch. Alter sind die stark. Ich muss irgendwo rein. Ich habe nur 5 Herzen. Ich habe nur Half-Life. Ich würde euch helfen aber vor allem ist das nicht. Ey. Okay. Los, los, los. Hilfe. Tut ihn. Tut ihn doch so. Leute, das war es jetzt mit dem Video. Tut mir leid, dass es so plötzlich ein Cut kam. Aber die Kamera war auf einmal leer. Und dann konnte ich leider nichts mehr machen. Aber ich hoffe ihr versteht das. Der zweite Part wird nächste Woche kommen. Freitag wieder 16 Uhr. So wie wir hier. Und. Es war nichts besonders passiert. Bonfire ist mal zwischendurch gestorben. Und. Ja. Sonst war es immer relativ knapp. Gleich wir nicht gestorben sind. Und. Im nächsten Part werdet ihr dann noch. Werdet ihr dann noch mal. In 8 Minuten Spaß haben. Ähm. Mit dem FWP Teil. Und damit dann. Heute ist das was mit dem Video. Und. Ciao. O Charlotte. Opst. 2 Trgré. Passt. 2 reg Zuschauen. ội 2 Ved Just